Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Plans vs. Zombies. Heute allerdings mit Zombay. Bewertet den Part und viel Spaß. Und als nächstes gehen wir in Überleben Tag schwer rein. Wieder auf normaler Geschwindigkeit, aber dafür mit einem Plan, der wahrscheinlich sehr krass sein wird, Zombay. Stachelsteine, nur Stachelsteine. Ja genau, genau. Einfach alles voller Stacheln ballern. Und dann auch noch die guten. Ja. Aber das kostet echt viel. Ja, machst du einfach nochmal Sonnenblumen-Imitator. Ich mach drei Reihen Sonnenblumen. Vielleicht damit verlangsamen? Ach, ist viel zu teuer. Hab ich doch gar nicht das Geld für. Ja, aber das AOE verlangsamen ist besser auf jeden Fall. Ja, später. Das kann ich ja dann noch ändern. Ja. Nein, jetzt hätte ich die Sonnenblumen imitieren müssen. Warum? Ja, weil sich das jetzt gleich direkt lohnt. Und ich nicht überfordert bin. Nur weil du drei Reihen bauen willst? Ja, genau deswegen. Das war echt dumm. Ah, dafür kannst du eine Mine setzen, wenn irgendwann ein Zombie kommt. Ja, das stimmt. Ich predikte ihn da. Wo kommt der Zombie? Bitte. Nein. Ich wusste es. Er geht noch rum, oder? Ja, verdammt. Schade. Egal, solltest du ja genug Zeit haben. Ich kann ihn da wieder nach unten scheuchen mit den Dingern. Na komm. Bitte. Bitte. Hallo? Jesus wartet jetzt noch, bis die Sonnenblumen her ist. So. Ich hatte so Angst. Verständlich. Ach, da kommt direkt noch einer. Was soll das denn? Ja. Ach, so viel. Ich habe so viel zum... Ja, mach einen Upgrade zur Sonnenblume. Ah. Wenn du super viel Sonnenenergie hast, dann sollte eigentlich echt klar gehen. So, und? Nächste Mine, bitte. Schaffe ich das? Ja, ich schaffe das. Ja, 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 ja. So. Hallo? Kommst du bitte? Danke. So. Dann da noch einen hin. Ja, da. Oh, die Mine steht schon perfekt. Ja. Ja, wusste ich ja. Ich meinte ja der erste Starke. Ne? Kannst du schon mal ein Starkefeld platzieren? Ja, eigentlich schon, ne? Machen wir mal da einen. Oh, ja. Und direkt noch einen. Ja. Der Imitator ist einfach so cool. Ja. Aber das geht durch den Schild durch, oder? Ja, ich glaube auch. Ne. LOL. Was? Oh. Das ist ja echt doof. Hä? Wie, wie? Wie schwach ist das denn? Aber das kommt noch, Leute. Wartet ab. Da muss auch ein Stein hin. Abwehrt ist, glaube ich, das Wichtige. Dann sind die stark. Ja, guck mal, das ist perfekt. Es bringt zwar eigentlich nichts, aber es ist echt perfekt. Doch, das bringt gerade ein bisschen Zeit. Kannst du deine Mine wieder platzieren. Upgrade! Oh, das ist ja viel schneller. Ja. Aber bringt trotzdem nichts. Scheiße. Alter, ich brauche mehr! Hilfe! Du kannst ja Steine hinstellen, einfach am Ende. Hinter den drei Stück oder so. Ja. Ja, wenn dann schon da, wo es auch hin soll. Bitte. Komm her. Verrick jetzt. Das kann nicht wahr sein. Tu mir das nicht an! Nein! Ja, das, äh, damit kann ich arbeiten. Sonnenblumen-Upgrade. Oh. Warte. Gleich. Ich habe noch ein paar Probleme. Sonnenblumen-Upgrade. Ja! Okay. So, und später entferne ich dann die vorderste Reihe. Hier die. Und packe dann da die Eisteile hin. Das wird toll. Toll. Alter, ist das schwach! Upgrade den vordersten bei dem Kribbisschild. Ja. Komm. Achso, das Upgrade dauert zu lange. Ja, das imitiere ich gleich. Wenn ich es mal darf. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Taktik ultra dumm ist. Aber wenn ich die verlangsame, okay, dann eventuell nicht. Und die stehen ja dann alle da drin und jeder bekommt Damage. Also. Bekommen die gleichzeitig Damage? Ja. Also klar, der macht auch noch ein bisschen Schaden. Aber hier, schau mal, der Helm ist da schon weg. Also an sich ist das schon recht stark. Oh, da kommt, wer, wer hat denn da mit gerechnet? Willkommen noch mehr zum Boot. Okay, jetzt muss ich klug sein zum Boot. Oh nein. Kann der das wegspringen, bitte nicht? Was sich aber auch noch lohnen könnte, wäre eine komplette Reihe mit Magneten. Hinter den Stein. Ja, kannst du später gucken. Ich kann wirklich später dann mal die Sonnenblumen entfernen, dass ich gar keine Sonnenenergie mehr bekomme. Oder wenig. Also es zieht zwar echt an dem Geld, aber es erholt sich ja dann wieder. Warte, tanzt. Hallo Fenster, der Zombie. Die sind eh so langsam unterwegs, dass die einfach nur in den Stacheln sterben werden alle. Ja, aber schau mal, jetzt habe ich schon wieder... Warte, das mache ich mal weg. Schon wieder keine Aufgabe. Ich muss einfach nur warten. Ich stehe doch auf den Cooldown. Ja, ja. Also irgendwas ist ja echt stark. Ja, die Melonen sind halt ganz echt stark. Du kannst jede Runde gewinnen, wenn du einfach nur so drei Reihen Melonen baust. Ja, aber das kostet ja auch sehr viel. Aber wenn man drei Reihen Sonnenblumen hat, dann geht das. Und ich könnte ja noch alle mit einem Kürbisschild ausstatten. Wen? Ja, die ganzen Teile hier. Dann wird es das Kürbisschild, weil es ist wie so ein Stein hier. Siehst du? Ist er, ja. Oder gehen die da jetzt durch? Ne. Ne. Sind vorher schon tot. Oh, oh. Doppelbombo. Nein. Der Dinger Ding ist laut. Guck mal, wie schnell er ist. Ah, jetzt wurde er nicht laut. Nein, nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott, die Musik hört gar nicht mehr auf. Wie viele das sind. Ja. Ja, und da ist der Flächenschaden gerade ultra krass. Ach komm, was soll's. Der verletzt ja eh alle gleichzeitig mit dem Boden auch noch. Zack. Guck mal, alles doppelt. Ne, ganz unten noch nicht. Nein. Och. Das lohnt sich halt überhaupt nicht. Warum? Noch mehr Eis zu machen. Ne, ja, aber es kann sein, dass der Schaden noch erhöht wird. Oh, du brauchst was gegen Kriegemann. Och nein. Meinst du, der wird nicht vom Katapult angegriffen? Ne. Ne, ich glaube auch nicht. Also ich glaube, wir unterschätzen das da. Der Magnetpilz, der zieht die Hälfte mal ab und das macht die ja teils so stark. Ne, die kommen ja nicht mal bis dahin gerade. Ne, ne, aber ich könnte davor irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Noch krasser wäre halt die Kombi, wenn ich, ähm, die Sprühpilze da hin mache. Vor den Stein. Und jetzt entferne ich die, auch wenn das dumm ist. Und packe dann da. Nein, andersrum. Ich trottel. So rum natürlich. Weil die Dinger sind jetzt alle inaktiv, bis ein Zombie mal durchkommt überhaupt. Ja, das stimmt. Aber erst dann wird es ja gefährlich. Und wenn der da noch reinburstet. Keine Ahnung. Aber es wirkt so total problemlos gerade. Ja, das Eis und die Stachelfelder in Kombi ist, glaube ich, echt gut. Oh, vor allem, ich kann ja noch das hier auch upgraden, wenn ich eh genug Geld habe. Also, keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob das dann eventuell durch irgendwas geschützt ist. Luftballon, du brauchst ein leeres Feld. Alter, was, was denn los? Oh nein. Ach, guck mal. Nein. Ach, das ist die letzte Welle. Ich, ich hab's gar nicht gesch... Ey, das ist einfach... Wie, wie kann das denn noch stärker sein, als alles, was ich davor getestet hab... Warte. Wow. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich hab ja gerade den Stachel drin entfernt. Anstatt den, den Kürbis, den ich entfernen wollte. Das war ein bisschen dumm. Tschüss. Puste. Da kommen... Hä? Da kommen noch mehr Zombies. Was? Da sind vorbei, für immer, musst du jetzt spielen. Dann geht's bis 10. Und dann kommen auch... Oh, na... Ja, okay, das wird lustig. Dann denken wir mal praktisch, wo würde es sich denn lohnen? Also, ich glaub, von der Range her sogar hier schon. Dann machen wir den mal dahin. Hier. Steh mal bitte auf. Und... Euch entferne ich leider wieder, auch wenn das echt teuer war. Aber es lohnt sich einfach nicht, euch da drin zu haben. Okay, weil ihr nicht mal hinkommt. So, und wie ist die Range von den Magneten? Ich denke, die Magneten werden sich nicht so lohnen, weil hier so Massen kommen. Das wahrscheinlich später irgendwie so 10 gleichzeitig mit Metallhelden kommen. Ja, das ist ein Argument, stimmt. Und... Ja, das hatte ich gar nicht bedacht. Aber okay, wenn jetzt... Meinst du denn, die kommen wirklich in Massen, die Leute, die irgendwie so ein Eisending haben? Wir schauen auf, wie viele da diese Plastik-Däsen haben. Ja, okay, aber das ist ja basic. Oh, danke. Oh, okay. So, und das wird jetzt geil. Müsste ja instant kaputt. Junge! Achso, diese Reifen platzen von denen. Ja, das ist halt die Schwachstelle von denen. Ich entferne die Steine. Achso. Weil, wozu sind die da? Die haben gar keine Aufgabe. Äh, ganz recht hast du ja. Die Kürbisse stehen als Verteidigungslinie. Da drin würden sich Steine schon mehr lohnen sogar. Ja, aber die Kürbisse, selbst die, ich glaube, selbst die, ähm, die Kürbisse lohnen sich nicht. Weil wenn die da wirklich öfter dran knabbern würden, dann würden die viel öfter kaputt gehen. Du musst bedenken, die sind exakt so wie ein kleiner Stein. Ja. Und der hält nichts aus. Wenn ein Zombie an einem kleinen Stein nagt, dauert das 40 Sekunden. Wenn da zwei dran sind, 20. Wenn drei, ne, also, ich glaube, die berühren das einfach gar nicht. Aber die großen Steine würden noch die Gegner zusätzlich abbelocken. Ja, genau, deswegen habe ich das mitgenommen. Aber, ja, okay, was heißt ablocken, ne? Das ist ja auch egal. Die haben ja auch kein Problem gemacht. Alter, ey, kann das sein, dass es sich lohnen würde, bis hierhin, bis zum, also, dem Magnet zur Entfernung, bis dahin noch die Meloner Pulte zu bauen? Das kann doch nicht wahr sein, dass das so stark ist. Da siehste! Er hat's geschafft. Ja, sag ich doch! Aber warum? Warum kommt kein Schein zu mir? Keine Ahnung. Was ist denn los? Warum scheitere ich hier auf einmal voll? Geht doch klar, ist voll klar. Nee. Also, scheitern ist schon, wenn es bis hierhin geht. Bist du Mitte? Bis zum Mitte. Bis zum Mitte, ja. Dann hier noch einen hin und aufwecken, bitte. Und dann da, und dann platzt da wieder alles. Ich hab einfach nur Angst. Ich hör's explodieren, weiß nicht, ob es ein Auto ist oder so ein komischer Musiktyp. Musiktyp. Einer bisher explodiert. Ja? Ja. Ja. So, warte einmal hier. Oh. Wo ist das denn? Und dafür kriegst du 1.000. Ich brauchte 80.000 für das letzte Upgrade. War ja über Lebensmobus freigedaltet. Ja? Was heißt das? Ach so. Dann darfst du nochmal 10 Wellen in der Nacht, dann 10 Wellen im Pool, dann 10 Wellen im Nebel, dann 10 Wellen im Dach und dann darfst du das Finale spielen. Ja, aber was ist das Finale? Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind noch ein paar tolle Links. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.